Hi Jungs, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und ihr habt mich folgendes gefragt Gibt es sowas wie Spielregeln beim Sex? Ja, so eine Art Verhaltenskodex könnte man vielleicht auch aufstellen In der Tat gibt es ein paar Regeln, so ein paar Sachen, die man beachten sollte Fängt zum Beispiel an beim Thema, wie bringe ich jemanden zum Sex? Ja, bestimmt nicht durch Überreden oder sowas, nein, sowas gibt es nicht Zum Sex darf und muss niemand überredet werden Sex passiert, wenn beide es wollen Wenn es dann aber dazu kommt, dass ihr Sex habt, dann ist die Hygiene auch ganz interessant Soll heißen, also sobald ihr mit irgendwem intim werdet, könntet ihr ruhig nochmal euch irgendwie waschen Untenrum und eigentlich irgendwie an jeder Körperstelle, die riechen könnte Da kann man grob sagen, überall da, wo Haare sind, sollte man öfter mal waschen Denn wenn der jeweilige Partner ziemlich stinkt, dann habt ihr das ja auch nicht so gerne Und genauso ist es auch andersrum Der nächste Punkt schließt so ein bisschen an den ersten Punkt mit dem Überreden an Und zwar, ein Nein ist auch ein Nein Selbst wenn ihr irgendwann in der Kiste landet und da wild am Rumfummeln und am Rummachen seid Es kann ja dann sein, dass ihr eure Freundin dann irgendwo berührt, wo sie es aber nicht möchte Wo sie nicht berührt werden will und dann sagt sie, nein, das nicht Und dann heißt das auch, nein, das nicht Dann ist das auch keine Art und Weise, die Freundin dann zu überreden, ja doch, bitte, bitte Oder ich mach einfach mal weiter oder sowas Nein, wenn sie sagt, ist nicht, dann ist nicht Natürlich auch andersrum, wenn ihr irgendwo berührt werdet, wo ihr das nicht wollt Dann sagt natürlich ihr auch, nee, das will ich nicht Und dann hat euer Gegenüber das auch zu akzeptieren, selbstverständlich Was auch wichtig ist, achtet auf eure Körpersprache Auf eure eigene Körpersprache und auf die Körpersprache eurer Freundin oder eures Freundes Die verrät euch ganz viel darüber, ob was gefällt oder was nicht gefällt Niemand hat etwas davon, wenn beide irgendwie nur so wie so ein Brett im Bett liegen Und keinerlei Informationen kommt, ne? Es hilft beiden, wenn ihr eurem Gegenüber signalisiert Oh, das gefällt mir, das gefällt mir nicht Das kann man durch Stöhnen machen, das kann man durch irgendwelche Körperbewegungen machen oder sowas, ne? Oder man kann es auch einfach sagen, so nach dem Motto Das fühlt sich gut an oder, oder das finde ich geil oder so Also beim Sex darf auf jeden Fall gesprochen werden Und wenn nicht verbal, dann aber mit dem Körper, ne? Dann könnt ihr dann auch zum Ausdruck bringen Hm, finde ich doof oder, oh, das finde ich geil Und das ist wichtig, denn, ich sag's nochmal Wenn ihr beide da nur irgendwie wie so ein Brett liegt Dann weiß irgendwann keiner, was er machen soll Und dann ist es mehr so ein stumpfes Rumgefummel Und, ähm, naja, das ist dann auch nicht so geiler Sex Also achtet auch darauf Nun hat Sex ja nicht nur was mit Vergnügen zu tun Nein, Sex hat ja auch eine Funktion Ich hörte zum Beispiel, dass beim Sex Kinder entstehen können Ach was, ja Und beim Sex kann man sich auch hier und da mit irgendwelchen Krankheiten anstecken Und das will man ja auch nicht Soll also heißen, schützt euch, ne? Und wenn euer Gegenüber sich schützen möchte Ihr euch aber aus irgendwelchen Gründen nicht schützen möchtet Das heißt, auf ein Kondom verzichten wollt Dann habt ihr das aber zu akzeptieren, dass euer Gegenüber sich schützen möchte Und dann zieht ihr auch das Kondom über Oder aus dem Sex wird nichts Genauso kann man auch hier das ganze Ding wieder umdrehen Wenn ihr euch schützen wollt Das heißt, wenn ihr sagt, ich will aber ein Kondom benutzen beim Sex Und euer Gegenüber sagt, oh nee, Kondome sind doch voll doof und so Dann liegt es an euch zu sagen, okay, dann verzichten wir aufs Kondom Oder aber, viel bessere Art, dann zu sagen, gut, dann wird das mit dem Sex nichts Beziehungsweise, gut, dann fummeln wir nur so, aber ich schiebe meinen Penis nicht in dich hinein Wenn irgendeiner sich schützen will, dann hat das der jeweils andere natürlich auch zu akzeptieren Oder aber man muss dann auch die Eier in der Hose haben und sagen, gut, wenn ohne Kondom Dann machen wir aber hier nur irgendwie ein bisschen Fummelei und vielleicht ein bisschen Oralsex Mehr passiert dann aber nicht Nach dem Sex hat man ja ziemlich viel vom jeweils anderen Körper erfahren Das sind aber so Sachen, die bleiben bei euch Damit geht man danach nicht hausieren Soll heißen, man geht danach nicht raus und erzählt all seinen Freunden Boah, die Alte, die hat das und das gemacht und die hat hier voll den Fleck und hier hat sie so ein Pickel und sowas Nein, das macht man nicht Das bleibt bei euch Denn genauso wie die Person sich euch offenbart hat Habt ihr euch auch dieser Person offenbart Und ihr wollt ja schließlich auch nicht, dass sie irgendwie rumgeht Und all ihren Freundinnen erzählt, ey, der hat voll den krummen Pimmel und das Knie ist total schief und sowas Nein, das wollt ihr ja schließlich auch nicht und genauso auch andersrum Also solche Sachen bleiben verschwiegen, die bleiben bei euch Man sagt auch gerne, der Gentleman genießt und schweigt und das ist auch Programm Im Großen und Ganzen bedeutet das jetzt unterm Strich also Respektiert einander Und das kann man nicht nur auf den Sex beziehen, nein, das kann man aufs ganze Leben übertragen Und ihr solltet euch in jeder Situation vorher immer fragen Wie würde es mir dabei gehen? Was erwarte ich jetzt vom Gegenüber? Und wie würde ich reagieren, wenn jemand anderes mit mir so umgeht, wie ich das jetzt gerade mache? Und das ist scheißegal Und wie gesagt, das muss nicht nur beim Sex sein Nein, das kann im Supermarkt sein, das kann in der Schule sein Das kann in den Kommentaren hier bei YouTube sein Das kann in den Kommentaren bei Facebook sein Überlegt vorher immer, wie würde es euch selbst gehen, wenn jemand anderes mit euch so umgeht Wie ihr mit dieser Person gerade umgeht Und von daher beende ich dieses Video jetzt einfach ganz schnell Like doch das Video, abonniert die Jungsfragen Bis bald, tschüss 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 Vielen Dank.